Wie sehen Sie den Dorogar Deutscher Nationalitätenkinderchor, der in der Trägerschaft der Dorogar Nationalitäten Selbstverhaltung funktioniert. Sie haben bei der letzten Landesqualifikation im März ebenfalls den goldenen Rosmarin erreicht in der Kategorie Volksmusik und auch den Festivalpreis. Der Chor wird von, und das haben Sie schon in der Reihe an das dritte Mal bekommen, der Chor wird von Christina Kovac-Schwodinger leitet auf dem Akkorde und begleitet Sie Laszlo Kreis. Musik 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 ZANG EN MUZIEK 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Aplausos